Ich kann es übrigens nicht erwarten, bis Final Fantasy XVI endlich erscheint. Ja, ja, erst mal Zelda, dann Final Fantasy XVI. Inzwischen kommt auch noch Street Fighter, zwischen den beiden Spielen. Und das ist ein Kampfspiel, was einen länger beschäftigen wird. Denn ich denke mal, die Story wird schon da etwas gehen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass... ...dass sich halt die Entwickler von Tekken 8... ...sich ein Beispiel an Street Fighter nehmen... ...und auch mal sowas auf die Beine stellen. Ich meine, so ein Selbstmach-Charakter... ...das wäre mal was Neues in Tekken. Und es wäre auch nichts, was unmöglich ist. Weil mittlerweile ist es ja so, dass man die Moves... ...und Kombos... ...auf einen Charakter übertragen kann. ...aha, das ist das loyal. Ich bin ein Miffel-Hai-Mun. Aber es ist wirklich nicht so, dass ich hier leben. Aber ich glaube, dass ich alle zusammengekommen bin und meine Freunde bin. Ich glaube, dass ich alle zusammengekommen bin. Ich glaube, es ist nichts davon. Ich glaube, es ist nicht Wortham. Danke. Aber es wird nicht verändert, am Ende hinaus. Ich verzeihe denn so. Ich weiß nicht. Ich hätte das auch nichtrą. Es ist wichtig, dass ich mich nicht ungefährleide. Und in der Episode von Broncto, der hatte ja so viel Angst, dass sie ihn nicht mehr anerkennen würden oder so. Der muss noch mehr Vertrauen zu seinen Freunden haben. Ganz ehrlich, wenn man wegen der Abstammung dann auf einmal sagt, du, ich kann dich nicht leiden, du bist einer von denen. Das sind dann keine Freunde gewesen. Nur wenn er alles vorgelogen hätte und uns hintergehen wollte, dann wäre es das zwar anders, muss aber das ist ja nicht sein. Das tut er ja nicht. Ja! 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 Noctis hat seine Kräfte zurückerlangt. Im Söldner Bereitschaftslagern kannst du nun wieder Umbra rufen, um in die Vergangenheit zu reisen. Ja, super, das mache ich aber nicht. Oh, ich muss erst mal meine Ausrüstung ausrüsten. Den Ring von Lusus lasse ich mal dran. Zarras Schwert. Die Masamune. Nee, nee, Genji Katana war das. Hatte ich einen Speer? Nee, ich hatte doch... Dolche habe ich weggegeben. Den Löwenherz kann ich ja jetzt ihm hier geben, unseren... Dreizack der Kanagi. Klinge des Eroberers. Und jetzt... Das war's für heute. Was ich auch an diesen Waffen, diese Königswaffen hasse, die dienen meine Lebensenergie ab. Das ist doch sch... Oder gibt es eine Ausrüstung, die das verhindert? Das war's für heute. Gewährt unbegrenzte Ausdauer. Das war's für heute. Unbegrenzte Ausdauer ist schon geil. Da verzichte ich auf meine Extrastärke im Kampf. Haben wir noch einen Gegner? Ja, ich seh keinen, aber egal. Hä? Hä? Wie soll ich denn da hinkommen? Ja, vielleicht hörte ich erst mal das Mistvieh da, dann... Da hinten geht's lang. Hm? Ja. Das war's für heute. 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 Auf jeden Fall geht's. Das war's für heute. Also, wir können hier auf jeden Fall wie ich auf dem Client. Okay, du hast es irgendwie auf dich gewuckt. Das war's für heute. Das war's für mich. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Ah, nein. Ah, nein. Das nenne ich mal eine Kraft. 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 Nier Automata Hits. Hatten wir die schon vorher? Mit Niermusik rumcruisen können. Das nenne ich mal eine Kraft. 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 MARKUSource. Das nenne ich mal eine Kraft. Du könntest's mir sehen? Das nenne ich. Ich glaube nicht. Du 고� guru war das. Bosskampf eindeutig. Eik. 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 Oh Gott, das Crystal ist schon gleich. Ich wünsche dir, dass du dich hervorragend bist. Ich wünsche dir, dass du dich hervorragend bist. Du hast es, was du? Oh Gott! Das bringt nichts gegen ihn. Okay. 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 Das war's für heute. Das Blitze uns auch selbst vernichten oder wehtun. Jeder darf einmal einen Supertrank nehmen. Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ombro? Ombro? Oh, das sieht cool aus. Das Promptor noch Zeit hat, diese Fotos zu schießen, also ehrlich hier.